Was ist jetzt mit Kevin? Ja, ich weiß es nicht, Bruder, ich hab... Boah, Digger! Es ist aber auch absolut anstrengend, wenn irgendwas mit Kevin irgendwie gecallt wird im Chat, ne? Es ist absolut der größte Krampf. Ich hab doch schon geantwortet, dass ich um Viertel da bin. Was soll ich denn noch sagen? Es sind doch 28 Minuten, bis ich mit Kevin spielen werde. Dann könnt ihr doch bitte einfach darauf abwarten.